Hi Leute und herzlich willkommen zu einem neuen Update-Video hier auf meinem YouTube-Kanal. Erstmal einen wunderschönen guten Morgen in die Runde. Ich hoffe, euch allen geht's gut. Ihr seid alle gut in den Tag gestartet. Momentan traden wir bei ungefähr 46.400 US-Dollar. Es hat sich eigentlich wenig getan, deswegen einfach nur ein kurzes Update, sage ich jetzt mal. Wir gucken uns noch ganz kurz ein paar Altcoins an, aber im Endeffekt ist es Wochenende. Es tut sich nicht viel. Die Kurse bewegen sich kaum, Volumen ist abfallend. Aber ansonsten, bevor wir starten, lasst dem Video auf jeden Fall ein Like da, abonniert den Kanal. Ansonsten, wie gesagt, wir traden momentan bei ungefähr 46.400 US-Dollar. Wir sind wieder in unserer gelben Abtrendlinie, nachdem wir hier nochmal kurzzeitig drunter gefallen sind. Aber die 4 Stunden E-Mail-Rivants halten weiterhin als Support. 7 E-Gap bei 46.555, wenn ich mich jetzt nicht täusche. Also auch hier, wir traden hier die ganze Zeit um in dieser Range, sage ich jetzt mal. Weiterhin in dieser größeren Widerstandszone. Was ich mir auf jeden Fall für morgen erwarte, ist auf jeden Fall nochmal ein bisschen mehr Volatilität. Also wir haben nächste Woche diese Bitcoin-Konferenz, das haben wir ja bei der Crypto-Eule schon angesprochen. Ich erwarte trotzdem nochmal, ich weiß nicht, ich habe das irgendwie im Gefühl, so die 43K sind immer noch, sage ich mal, drin. Dass wir da immer nochmal runterfallen können, zumindest auf diesen Monats-Pivot. Die werden gerne nochmal angetestet, sage ich mal, diese Monats-Pivots, einfach um nochmal den Support, sage ich mal, für den Monat zu bestätigen. Ein kleiner Falls-Move, sage ich mal, darunter in die 43K wäre jetzt nicht schlimm, wäre nochmal eine 10% Korrektur oder 8% irgendwie so um den Dreh auf jeden Fall. Bevor wir dann vielleicht im Laufe der Woche hier wirklich einen neuen Anlauf starten und dann in Richtung 52.000 US-Dollar gehen. Also die 52.000 US-Dollar sind so auf jeden Fall, denke ich mal, der nächste Step. Wenn wir wirklich auf die 43K nochmal fallen sollten, ist es nicht unwahrscheinlich, dass wir dann auch so eine kleine Reshape-Recovery kriegen und dann in den Bereich von 52.000 US-Dollar gehen. Damit würden wir auch dieses Hoch da drüben rausnehmen, was genau bei 52.175 US-Dollar wäre. Wäre auf jeden Fall wünschenswert ein höheres Hoch. Die Frage ist dann, kriegen wir dann unsere größere Korrektur, sage ich mal, wieder so 20-30%? Wird sich zeigen, würde ich jetzt ehrlich gesagt jetzt nicht beschreien, einfach weil wir relativ gesund nach oben gegangen sind. Also wir haben die Widerstände immer mal wieder rausgenommen, hatten hier nochmal eine kleinere Korrektur. Also es sieht alles relativ gesund aus. Klar sind die ganzen Indikatoren wie RSI und sowas auf dem Daily immer noch ein bisschen, ich sage mal in Anführungszeichen, überhitzt. Aber sollten wir dann hier oben auch ein bisschen konsolidieren in dem Bereich von 52K, einfach mal wieder ein, zwei Tage, ist es auch nicht verkehrt. Bis wir dann halt wirklich in den Bereich von 56K kommen könnten. Vielleicht ist es nächste Woche der Fall mit den ganzen News, was da eventuell kommen könnte und sowas, haben wir ja am Freitag kurz mal drüber gesprochen. Aber gut, das ist alles Wunschdenken, sage ich jetzt mal. Wir wissen nicht, was passiert. Hier oben wird sich auf jeden Fall entscheiden, wie, sage ich mal, dieser ganze Bullrun im Endeffekt noch weitergeht. Kriegen wir noch weiterhin Bullrun oder ist es dann wirklich hier ein kleiner Dead-Cat-Bounce? Gut, soviel zu Bitcoin, also wenig getan. Wie gesagt, 43K sind weiterhin drin, meines Erachtens, wo wir einfach nochmal aufpassen sollten und nicht jetzt zu überbullished werden sollten, in Anführungszeichen. Gut, Ethereum, auch wenig Bewegung, nachdem wir hier das Höhere hochgebildet haben mit einer Bearish Divergence, aber juckt momentan nicht. Also ich würde momentan ehrlich gesagt sowas nicht traden, auch weil hier das Volumen immer noch ein bisschen höher ist als hier diese vergangenen Kerzen. Also das heißt, da sind noch genug Käufer, sage ich mal, im Markt. Da jetzt auf Short zu wetten, würde ich ganz ehrlich gesagt nicht empfehlen. Wir traden hier um das 0,5 auf die Bonas Retracement Level, also auch hier traden wir unter Widerstand, eigentlich ein bullisches Zeichen, um hier die Widerstände rauszunehmen. Und ihr seht es hier drüben, dieses Void könnte jederzeit gefüllt werden. Also wir brauchen nur irgendwie so einen kleinen Fingerschnipp und dann sind wir hier relativ schnell in dem Bereich von 3800 US-Solo. Das ist auch wirklich das nächste Ziel. Sobald wir hier nachhaltig drüber kommen, klar, dazwischen liegt noch dieser R1, aber so ein 9% Move kann da relativ schnell passieren, weil hier eben kein Widerstand dazwischen ist. Das heißt, wir können hier einfach ohne Probleme eigentlich nach oben hin ballern. Aber gut, müssen wir schauen. Momentan sieht es ganz gut aus, auch weil der RSI auf dem 4-Stunden-Charge relativ nach unten korrigiert ist. Das heißt, wir haben auf jeden Fall Potenzial, sage ich mal, nochmal einen kleineren Move nach oben hin zu sehen. Gut, Cardano, wenig Bewegung, Konsolidierung sieht auch erstmal gut aus. Konsolidierung ist immer gut, sage ich mal, um die Indikatoren ein bisschen abzukühlen. Man braucht nicht immer eine Korrektur, aber eine kleinere Konsolidierung ist hier nicht verkehrt. Auch hier könnte man sagen, okay, wir bilden hier so eine Art Symmetrical Triangle, ist zwar jetzt nicht gerade das Schönste, was ich hier eingezeichnet habe, also je nachdem, wie man es einzeichnet. Könnten wir hier noch ein bisschen konsolidieren im Laufe des Tages, beziehungsweise bis morgen eventuell. Aber auch sonst hier kaum Bewegung. Polkadot wird langsam interessant, nachdem wir hier eigentlich kaum Bewegungen gesehen haben. Sehen wir jetzt hier auch so eine Art Adam and Eve Pattern, wo ich jetzt aber hier unten dieses Low, gefällt mir überhaupt nicht, dieser Wig nach unten. Aber auch Polkadot kommt jetzt so langsam mal in die Gänge. Nächster Widerstand, wurden wir schon rejected hier in diesem Bereich, bei ungefähr 23 US-Dollar und 90 Cent. Aber auch hier erwarte ich in der nächsten Zeit wirklich mal einen Move hier in Richtung 27, 28 US-Dollar. Also ich habe mich hier auch long positioniert. Gestern oder vorgestern bin ich da reingegangen, kleiner Hebel. Stop-Loss ist mittlerweile Entry, weil er mittlerweile schon 10% im Plus ist. Aber gut, müssen wir auch abwarten. Dort, wisst ihr ja, ist einer meiner Coins, sage ich mal, die ich für 2022 noch auf dem Schirm habe, wo auf jeden Fall ich noch Bewegung erwarte. Aber gut, müssen wir warten. Sieht auf jeden Fall erstmal gut aus, dass wir hier auch in nächster Zeit einen größeren Move sehen könnten, sobald wir hier wirklich diese Widerstandszonen wirklich nachhaltig durchnehmen, sage ich mal, wäre hier ein 20% Move nicht ausgeschlossen. Auch wenn die Indikatoren hier auch ein bisschen hoch sind. Aber gut, wie gesagt, wenige Augenmerken momentan ein bisschen auf die Indikatoren. Sobald hier wirklich Kauf-Orders reinkommen, muss man hier wirklich aufpassen, dass man hier nicht einfach wrecked wird, wenn man short geht, auf jeden Fall. Gut, schauen wir uns nochmal Luna an. Nachdem Luna hier ein All-Time-High nach dem anderen hittet, klar. Was ein bisschen komisch ist, sie haben ja gemeint, sie kaufen Bitcoin im Wert von 10 Milliarden, haben jetzt seit Tagen nichts mehr gekauft. Was ich da jetzt so eher vermute, jeder hat diese Bitcoin-Adresse auf dem Schirm gehabt. Jeder wusste, ah ja, okay, das ist jetzt die Adresse, wir gucken, wann sie kaufen und sowas. Dass das jetzt vielleicht auf andere Wallets oder sowas fließt, weil da hat man, glaube ich, seit 2-3 Tagen jetzt nichts mehr gehört, dass die irgendwas nachgekauft haben. Wer weiß das schon. Halte ich mich auf jeden Fall ein bisschen mal zurück, da irgendwas jetzt wieder zu teilen, irgendwelche Adressen oder sowas. Ansonsten können wir eigentlich sagen, okay, schöner Retest hier nochmal gehabt von diesem Ascending-Triangle. Wir können mal ganz kurz gucken, wo ungefähr dieses Preisziel wäre. Huch, das wollte ich nicht. So, na, ich hasse Trading für morgen. So, Preisziel wurde eigentlich jetzt schon fast erreicht, also wer da drin ist, würde ich jetzt auf jeden Fall Profite nehmen, weil Monatspivot, R1, hier kommt jetzt, beziehungsweise wurden wir bereits schon rejected, ist immer so ein kleines Anzeichen. Okay, Monatswiderstand wurde jetzt erstmal gehittet. Entweder wir konsolidieren jetzt hier oder kriegen jetzt auch unseren nächsten Pullback, sag ich mal, in dem Bereich von 103 US-Dollar. Hier liegen die 4 Stunden E-Mail-Ribbons und ihr wisst, die 4 Stunden E-Mail-Ribbons werden bei Luna immer wieder gerne getestet, beziehungsweise auch mal leicht unterschritten, bevor wir dann wirklich den nächsten Move nach oben starten. Aber auch hier sieht alles relativ gesund aus. Klar, Volumen ist jetzt langsam, aber sicher abnehmend, Bearish Divergence. Also Ribbons antesten wäre vielleicht die nächste Opportunity, sag ich jetzt mal, um hier eine Long-Position aufzubauen, wobei ich auch hier immer ein bisschen vorsichtig wäre. Irgendwann endet halt auch mal ein Trend, aber the trend is your friend until the end, ne? Wie sagt man so schön? Gut. Phantom, schöner Test auf unserer gelben Abtrendlinie, die immer wieder gehalten hat. 4 Stunden E-Mail-Ribbons, Monats-Pivot getestet. Heißt, wir haben jetzt auch hier erst einmal deutlich Luft nach oben in Richtung des Monats. R1 bei ungefähr knapp 2 US-Dollar. Ihr seht es da drüben, relativ abfallende Kurse, immer relativ flott. Heißt, wir haben auf jeden Fall Potenzial, hier auch nächste Woche einen größeren Move zu sehen. Also für mich grundsätzlich, die Märkte sind bullisch eingestimmt. Sieht alles relativ gut aus. Bitcoin müssen wir nochmal abwarten, wie es jetzt bei, wie die neue Woche startet. False Move, 43k ist auf jeden Fall drin. Würde ich mich mal darauf vorbereiten, einfach mal zur Not. Nicht zu überbullisch werden, neutral an die Märkte rangehen. Wir wissen nicht, was es sonst noch wieder für News gibt. Ansonsten würde ich sagen, gucken wir noch ganz kurz die News an. Citibank, Metaverse-Prognose bis 2030, ein 13 Billionen Dollar Markt. Jo, wenn alle bei H&M im Metaverse einkaufen, auf jeden Fall. Ne, Spaß. Lest euch den Artikel durch, werde ich euch später noch in die Telegram-Gruppe posten. Ansonsten würde ich sagen, wünsche ich euch einen schönen, entspannten Sonntag. Nächste Woche kommen die Update-Videos wieder erst gegen Nachmittag, auf jeden Fall. Könnt ihr euch darauf gefasst machen. Ansonsten wünsche ich euch einen schönen Sonntag, einen schönen, sonnigen Sonntag. Zumindest hier ist es sonnig momentan, Schnee ist wieder weg. Lasst es euch gut gehen, wir hören uns dann morgen Nachmittag wieder oder in der Telegram-Gruppe. Kommt vorbei, Link ist unten in der Videobeschreibung. Lasst dem Video ein Like da, abonniert den Kanal. Und dann würde ich sagen, stay crypto und bis morgen. Ciao, ciao. Ciao. Ciao.